Prishtha Skandasana, die Stellung von Katikea, bzw. die Stellung der Rückseite von Katikea. Skanda ist ein Name von Katikea, Prishtha Skandasana, also eine Stellung, die besonders der Rückseite von Skanda gewidmet ist. Nila Kanta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier gibst du die Beine auseinander und streckst ein Bein aus und du sitzt auf der anderen Ferse. In der Variation 1 fasst du mit beiden Händen an die Fußgelenke und schaust in Richtung gestrecktes Bein. In der Variation 2, die noch etwas anstrengend ist, streckst du die Arme aus. Du kannst nach vorne schauen, aber in der vollen Prishtha Skandasana schaust du dann in die Richtung der Hand nach vorne. Prishtha heißt Rücken und Rückseite. Skanda ist eine Bezeichnung von Katikea, auch Subramanya Sharavanapava genannt. Und vermutlich hat diese Stellung etwas damit zu tun, dass Skanda sehr jugendlich war und dabei gleichzeitig auch Krieger war. Klein und doch sehr machtvoll. Und nach zu seinen Feinden hat er die Rückseite gezeigt. Das ist nur eine mögliche Ableitung. Jedenfalls, wenn du in dieser Stellung bist, kannst du dich jugendlich fühlen, denn Skanda gilt als der ewig jugendliche Gott. Und gerade wenn Hüften und Knien und Fußgelenke flexibel bleiben, dann bleibst du insgesamt jung und flexibel.